dass Fanny in den Millionärclub reinkommt. Ja. Und deswegen müssen wir alles jetzt. Und so, und so, und so. Das gebe ich dir in der und Euro ab. Als Provision. Ja, genau. Deswegen müssen wir jetzt, dass wir etwas machen, dass Fanny mit rein wird. Wenn sie sowieso schon ein Gläubiger ist. Ja, und vor allem Thomas muss überzeugt werden. Ja. Allein deswegen schon. Ja. Gucken wir mal, die beiden Leute, die sind auch jung, ne? Und die haben schon vieles im Leben geschafft. Mhm. So, und das ist dann auch, man muss nur, man braucht nur positive Menschen. Mhm. Für sich herum. Das klappt jetzt. Aber eine negative Person, nein. Kann wir nicht, kann wir wirklich nicht gebrauchen. Mhm. Und du bist schon eine Traumfrau, du hast, du hast Kraft. Und ich sage, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch mehr. Hoffentlich. Du weißt schon, wo du hin bist. Mhm. Und das ist schon wichtig. Weil, die große Problem, die die Werte haben, ist, dass wir die haben. Ja.